Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es ums iPhone 15. Das iPhone 15 wurde ja vor einer guten Woche vorgestellt und ich habe es inzwischen bei mir hier und in diesem Video erkläre ich euch alles bzw. erzähle ich euch alles, was mir aufgefallen ist. Das iPhone 15 hier in der kleinen Variante, in diesem wunderschönen Blau, ist ja so ein bisschen für mich der heimliche Star der Keynote gewesen von letzter Woche, weil das iPhone 15 gegenüber seinem Vorgänger vom letzten Jahr, dem iPhone 14, einen riesigen Sprung gemacht hat. Ganz viele Profi-Features, die wir letztes Jahr nur beim iPhone 14 Pro hatten, kommen jetzt aufs iPhone 15 und es stellt sich natürlich schon ein bisschen die Frage, ja also muss es wirklich dieses Jahr ein Pro-Gerät sein oder reicht das normale iPhone 15 auf? Das werden wir rausfinden. Ich werde euch alles über das Handy erzählen, natürlich auch über die Kamera. Wir testen die Kamera selbstverständlich auch und wir vergleichen es eben auch mit den Vorgängermodellen, aber auch natürlich werfen mal einen Blick drauf iPhone 15 oder iPhone 15 Pro. Ich überlege noch, ob ich da dann ein eigenes Video darüber machen soll, wo wir wirklich nur auf die Unterschiede zwischen iPhone 15 und iPhone 15 Pro eingehen. Wenn ihr das wollt, schreibt mir das doch in die Kommentare. Da hätten wir sicher ein bisschen mehr Zeit, könnten ein bisschen mehr in die Breite gehen, aber schauen wir mal. Zuerst wollen wir das Ganze natürlich auspacken, weil das Unboxing in diesem Jahr doch eine kleine Überraschung bietet. Ihr kennt das alle, die Box ist klein, hat kein Netzteil drin, das wissen wir schon, aber trotzdem, dieses Jahr ist natürlich etwas anders und das schauen wir uns am besten jetzt mal an. Hier anhand des Großen, des iPhone 15 Plus. So, wir legen das hier mal hin. Ihr seht, ich habe hier die Farbe, wie heißt die eigentlich offiziell Pink. Genau, ich habe die Farbe Pink bekommen und das Blaue, das Kleine in Blau. Jetzt mache ich hier mal auf. Ihr kennt das schon. Da muss man eigentlich nur ganz easy peasy hier das Papier abzupfen und dann kann man das hier raussliden. Das ist wirklich Pink. Ja, wobei es geht noch. Es ist gar nicht so krass, wie ich mir das vorgestellt habe. Fast ein bisschen Lavendel oder Lila. Okay, mal gucken. Ein schöner Moment immer. Und jetzt kommen wir auch schon gleich zum, ich lege es mal so rum hin, dass wir die schönen Farben hier auch sehen. Das sieht ja cool aus. Und jetzt kommen wir natürlich gleich zur Neuigkeit, nämlich diesem Kabel hier. Das ist nämlich ein USB-C Kabel. USB-C auf USB-C, weil wir haben ja dieses Jahr zum Glück endlich, nach vielen Jahren hat Apple den Standard gewechselt. Wir können das hier mal angucken. Das hier ist natürlich der USB-C Stecker, den wir auch im iPhone 15 haben, im 15 Pro ja auch. Unterschied da gleich ist natürlich die Datenübertragungsgeschwindigkeit. Bei den iPhone 15 Modellen habt ihr USB 2.0. Das heißt, das ist genauso lahmarschig, wie das Lightning war. Also damit wollt ihr nicht unbedingt große Daten übertragen. Aber zum Laden und alles funktioniert es natürlich bestens. Es gibt auch ein paar coole Features bei USB-C. Ihr könnt dann zum Beispiel die AirPods Pro, die neuen mit dem USB-C Case könnt ihr damit auch laden. Also man kann das dahingehend auch als Powerbank sozusagen brauchen. Da kommen halt ein paar Funktionen, die USB-C schon lange hat und die Lightning nie konnte, kommen jetzt auch endlich aufs iPhone. So, jetzt haben wir es ausgepackt und jetzt müssen wir natürlich zuerst mal ein bisschen testen. Ihr kennt das schon. Ich gehe damit raus, ich laufe damit rum, ich teste die Kamera, ich teste das Handy, ich teste den Bildschirm, ich gucke, ob er wirklich heller ist als das Vorjahresmodell und all die Dinge und erzähle euch das dann hier in diesem Video noch. Und für euch ist das Ganze natürlich nur ein Wimpernschlag. Für mich dauert es ein bisschen länger, weil ich die Geräte jetzt ausprobieren möchte. Also bis gleich. So, da sind wir wieder ein paar Tage später, konnte ich das neue iPhone 15 jetzt ein bisschen ausprobieren. Konkret Mittwochmorgen, eigentlich Kaffeezeit. Ich weiß, bei YouTube sollte man nie vom Morgen sprechen. Ich weiß ja nicht, wann ihr das guckt. Aber es ist ein schöner Morgen, weil wir nämlich jetzt über die iPhone 15 und das 15 Plus sprechen. Und ich sage es gleich am Anfang, das ist für mich eigentlich das eigentliche Highlight der Keynote gewesen. Natürlich, die Pro Max sind beeindruckend. Natürlich, Titan ist cool, ein fünffach Zoom ist spannend. Aber seien wir mal ehrlich, nicht jeder will so viel Geld ausgeben und nicht jeder vor allem braucht all diese Pro Features. Und da war ja bisher das iPhone, das normale iPhone da, war, was aber immer ganz viele Sachen hatte, die halt schon cool waren. Gerade im letzten Jahr war der Unterschied zwischen den Pro Modellen und den normalen Modellen riesengroß. Und dann hat sich halt der eine oder andere dazu entschieden, ein Pro zu kaufen. Dieses Jahr hat das Pro massiv, äh, ne, sorry, das normale eben massiv aufgeholt. Also das iPhone 15 ist in meinen Augen ein absolutes Highlight. Und wir schauen uns jetzt ganz genau an, warum. Es gibt Kapitelmarken, selbstverständlich. Da könnt ihr zu den Punkten springen, die euch interessieren. Ähm, vielleicht gleich am Anfang. Das iPhone 15, ähm, und das 15 Plus hat einen grossen Sprung gemacht. Vor allem drum, weil ganz viele Pro Features kamen, die letztes Jahr beim Pro waren, die wir jetzt hier in den iPhones finden. Fangen wir mal an mit dem Design. Das ist jetzt noch kein Pro Feature. Ihr wisst, die, ähm, Pro Modelle haben Edelstahl. Dieses Jahr haben sie Titan. Und hier haben wir immer noch Alu. Trotzdem, nichtsdestotrotz, ich zoome da mal noch ein bisschen raus, dass wir das vielleicht ein bisschen genauer anschauen können. Nehmen wir hier mal diese zwei Modelle. Ich habe hier das, ähm, das 15er bekommen in Blau. Wobei Blau, ähm, es sieht, ja, doch, man sieht es schon auf der Kamera. Es sieht auf der Webseite aus wie weiß. Ich habe so einen blöden Tweet gemacht, wo ich gesagt habe, weiß ist bei Apple das neue Blau. Aber es stimmt nicht. Wenn man es dann real anschaut, sieht man tatsächlich, okay, es ist blau. Aber die Farben sind halt sehr gedeckt dieses Jahr. Die sind sehr pastellfarbig. Die sind nicht so knallig wie letztes Jahr. Hier, da zum Beispiel in der Mitte des Jahres. iPhone 14 Plus, bam, in Gelb. Dieses Jahr sind die Farben massiv gedeckter. Ja, wir haben ja hier, wenn wir das jetzt hier mal anschauen, ich habe hier beide Modelle. Das hier ist eben, wie gesagt, das iPhone 15 und das hier ist das iPhone 15 Plus. Das hier ist in Pink oder Rosé. Und ich finde es recht cool. Ganz ehrlich, das sieht geil aus. Schaut euch das mal an. Das ist eine richtig coole Farbe. Das ist nicht so, hä, das ist nur was für Mädchenfarbe oder so. Nein, die gefällt mir extrem gut. Also finde ich wirklich spannend. Und ja, das Blau auch. Es gibt dann noch Grün. Es gibt, ähm, Gelb. Aber eben nicht so knallig wie dieses hier, wie hier im letzten Jahr. Und dann gibt es natürlich Schwarz für alle, die keine Farbe wollen. So. Also vom Design her sehr schön. Was wir ebenfalls haben dieses Jahr, ich versuche das mal hier in der Kamera zu zeigen, wir haben diese leicht abgerundeten Kanten. Also das heißt, wir haben, wir haben eigentlich hier nicht mehr so diesen krassen Übergang. Hier war es ja so, das war sehr eckig. Und dann war es hier zum Teil aber auch ziemlich, ja, schon fast, ja, scharfkantig ist übertrieben, aber so ein bisschen in die Richtung gehend. Und das ist jetzt bei diesem hier viel, viel besser. Da hat man das so ganz leicht abgerundet. Fühlt sich extrem gut an in der Hand. Ich finde, das ist ein super Handschmeichler. Ich weiß, es gibt Leute, die sagen, das ganz eckige liegt besser. Raphael zum Beispiel. Seinen Kanal verlinke ich hier oben. Ich finde nicht. Ich finde tatsächlich hier eigentlich, das ist viel, viel angenehmer zum Halten. Und das hat mir gefehlt, vor allem, wenn man es eben ohne Hülle nutzt. Ich tue zwar immer eine Hülle drum, aber einfach, wenn man es in die Hand nimmt, finde ich immer so, ah, das war so wahnsinnig scharfkantig, ist dieses Jahr nicht mehr so. So, also, das vielleicht zum Design. Was haben wir für einen Prozessor? Wir haben den A16 aus dem Vorjahr. Das heißt, wir haben den Prozessor, der letztes Jahr im iPhone 14 Pro und Pro Max drin war. Das ist natürlich, kann man sagen, schade. Wir haben nicht den A17 Pro, wie er in den Pro-Geräten drin ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, man merkt nichts. Ihr kriegt jahrelange Updates. Fünf, sechs, sieben Jahre liegen manchmal bei Apple drin. Also, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Und vor allem, das Wichtigste, im Alltag merkt ihr nichts. Ich merke überhaupt keinen Unterschied, ob ich hier mein iPhone 15 Pro Max nutze oder ob ich hier das iPhone 15 nutze. Nichts. Null. Also, ich habe wirklich noch nichts angetroffen. Klar, ich habe jetzt nicht dieses crazy Game installiert mit Raytracing-Zeug, was sie da vorgestellt haben an der Keynote. Aber im täglichen merkt ihr überhaupt nichts. Das Gerät ist super mega schnell. Alles macht zack, 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 geht auf. Und Apple hat ja sowieso einen Riesenvorsprung mit seinen A-Prozessoren gegenüber der Konkurrenz. Da merkt ihr nichts. Das ist kein Nachteil. Was ihr definitiv merkt, ist natürlich, wo ist das USB-C-Kabel? Jetzt habe ich gerade keins da. Aber das macht nichts. Wir haben hier, tadaa, endlich. Finally USB-C. Jahre hat es gedauert, bis sich Apple dazu hat durchringen können, USB-C zu verbauen in seinen iPhones. Und ich bin mega happy, weil ich habe nur USB-C-Geräte. Und dann war es immer noch das iPhone. Klar, die AirPods sind auch noch. Wir haben unter Umständen noch ein paar Zubehörteile für den Mac. Die sind alle auch noch auf Lightning. Wo sind sie denn? Die AirPods Max, die liegen auch irgendwo da hinten. Die auch. Also diese Transition, die ist jetzt im Gange. Aber natürlich mit dem iPhone ist ein Riesenschritt getan. Apple macht das wohl nicht ganz freiwillig. Die EU schreibt das ja vor, ab Ende nächsten Jahres. Aber ja, es ist schön, dass Apple das gemacht hat. Und was ihr damit machen könnt, ist, ihr könnt damit jetzt andere Geräte laden. Das ist richtig cool. Also ihr könnt nicht nur die AirPods laden, wenn ihr das USB-C-Case dazu zum Beispiel schon habt. Sondern ihr könnt auch andere iPhones laden. Wenn es zwei USB-C-Geräte sind, die ihr einfach per USB-C-Kabel zusammensteckt, dann ist es immer so, dass, wenn es iPhones sind, dass das iPhone, was den höheren Akkustand hat, das lädt mit dem tieferen Akkustand. Ist doch cool. Und ihr könnt auch anderes Zubehör damit laden. Also das ist schon mal ganz praktisch. Beim Thema Laden ist es so, dass leider Apple immer noch kein richtiges Fast Charging unterstützt. Das ist auch beim Pro-Gerät so. Also auch diese super teure Pro 15 Pro Max lädt genauso langsam wie das iPhone 15, wie das iPhone 14 und wie das iPhone 13 vorher. Das heißt, Apple ist beim Laden einfach super, super konservativ. Ungefähr 27 Watt, geht man davon aus, können geladen werden. Eine halbe Stunde für 50 Prozent. Ja, bei Opo bist du nach einer halben Stunde von 0 auf 100. Ist halt so. Finde ich ein bisschen schade. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Da könnte Apple mal noch eine Schippe drauflegen. Kommt vielleicht im nächsten Jahr, jetzt wo sie USB-C verbaut haben. Aber nichtsdestotrotz, das ist so ein bisschen, ich mag Fast Charging und vor allem mag ich Fast Charging per Kabel und nicht per Wireless. Wireless geht natürlich auch. Ihr habt MagSafe drauf, logisch klar. 15 Watt, genau gleich wie vorher. So, wenn ihr Daten übertragen wollt mit so einem schicken USB-C Kabel hier, dann müsst ihr ein bisschen aufpassen, beziehungsweise dann seid ihr enttäuscht. Weil beim iPhone 15 ist es so, das ist genauso langsam wie der Lightning Port früher war. Das heißt USB 2.0. Das Pro-Gerät überträgt Daten 20 Mal schneller. Da ist USB 3.0 drin mit 10 Gigabit pro Sekunde. Ja, und hier ist nur USB 2.0 drin. Wie relevant ist das für ein Nicht-Pro-Gerät? Ich finde es nicht so. Also ich habe seit Jahren keine Daten mehr von einem iPhone mit dem Kabel rübergezogen. Finde ich nicht so schlimm. Entschuldigung, bin ein bisschen erkältet. Von dem her gesehen, ja klar, es gibt Leute, die machen immer noch ein Backup, nicht in die Cloud, sondern zum Beispiel auf dem Computer. Dann ärgerst du dich, weil es dauert lang, wenn du da so ein 256 Gigabyte volles iPhone quasi backupen willst. Also das ist natürlich schade. Das ist eine verpasste Chance und ist halt so, Apple, da differenzieren sie dann die Pro-Geräte von den normalen Geräten. Aber ich glaube trotzdem, so im Alltag interessiert das die meisten Leute nicht. Ist nicht so wichtig. Hauptsache man kann laden, Hauptsache man kann jetzt USB-C, man kann jedes Kabel nutzen. Und ja, die Datenübertragung ist halt immer noch langsam. So, drahtlos, klar, WLAN 6 hatten wir vorher auch schon. Das ist eigentlich nichts Neues. Was Neues ist der U2-Chip. Den könnt ihr nutzen, um eure Dinge zu finden, AirTags oder auch die AirPods oder so. Der hat jetzt eine bessere Reichweite. Apple hat das an der Keynote gezeigt. Man kann sogar, wenn man irgendwo am Bahnhof ist und beide haben ein neues iPhone 15, könnt ihr euch quasi mit der Woist-App könnt ihr euch finden und dann wird euch schon viel früher angezeigt, hey, da drüben, jetzt musst du links da noch 20 Meter. Das stelle ich mir tatsächlich cool vor. Ich suche ab und zu Kollegen am Bahnhof im Gewusel und ja, mal schauen. Aber es müssen natürlich beide ein neues iPhone haben, egal ob iPhone 15 oder iPhone 15 Plus. Gut, Notruf SOS über Satellit ist auch dabei, wie letztes Jahr schon, zwei Jahre gratis und kommt jetzt endlich auch in die Schweiz. Puh, hat lange gedauert, aber ist so. Dann kommen wir zum Highlight oder zu einem der Highlights. Ich komme dann nachher zum Bildschirm noch. Aber kommen wir zur Kamera. Schauen wir uns die Kamera an. Die Kamera ist ein riesiges, massives Update. Wir haben hier drin nämlich jetzt den 48 Megapixel Sensor, den Apple letztes Jahr im iPhone 14 Pro eingeführt hat. Und dieser Sensor bringt ein paar richtig, richtig coole Feature an Bord. Und zwar, ich zeige euch das mal. Ich muss da mal kurz, ich will wieder meinen Code. Okay, so. Also, jetzt starten wir mal die Kamera. Und wenn ihr jetzt hier guckt, wenn ihr jetzt in dieser Kamera hier guckt, dann fällt euch etwas auf. Seht ihr dieses Zweifach da? Seht ihr das? Ich versuche es mal so ein bisschen besser in die Kamera zu halten. Da, meine Kaffeetasse. Hey, ist denn das ein Zoom? Ja, das ist ein Zoom. Wir haben jetzt quasi eine Art Zoom. Wir haben diesen Zweifach-Zoom, den du bei den Pro-Geräten bisher ja immer hattest, der ja aber den normalen iPhones gefehlt hat. Ich habe ja hier, wenn ich jetzt hier mein iPhone, da ist die Kamera, mein iPhone 14 Plus nehme, dann seht ihr, wenn ich hier die Kamera starte, haben wir doch das Problem, wir haben einfach und natürlich, wir haben die Weitwinkel. Okay? Also, wir haben die Ultra-Weitwinkel-Kamera und wir haben ihn einfach. Und wenn wir zoomen, können wir das zwar digital machen, aber wir alle wissen, das ist nicht cool. Hier hat Apple das jetzt so gemacht, wir haben immer noch nur zwei Linsen, also die normale und die Ultra-Weitwinkel-Linse, aber weil wir ja den 48 Megapixel-Sensor haben, kann man da natürlich reinkroppen im Sensor und dadurch quasi einen Zweifach-Zoom realisieren. Und ich finde das mega praktisch. Ich habe die Leute immer gefragt, drückst du da auf Zweifach? Ist das für dich wichtig, wenn du ein iPhone hast oder ein iPhone willst? Und die meisten sagen, ja klar, ich will zoomen, ich zoome ran und viele machen es ja einfach per Bildschirm zu, ohne sich Gedanken zu machen, ob da jetzt wirklich eine Linse gewechselt wird oder ob er es digital macht. Aber das hat so gefehlt. Das war so fies bei den normalen Modellen, dass sie das weggelassen haben. Und jetzt, dank dem 48 Megapixel-Sensor, haben wir so quasi drei Linsen, obwohl wir nur zwei Linsen drin haben. Also, da konnte ein Zoom realisiert werden und der ist gut, der ist voll okay, der ist absolut brauchbar. Und das, finde ich, ist ein Highlight, ist ein absolutes Highlight für mich beim iPhone 15, dass wir jetzt diese Zoom-Möglichkeit haben. Dass wir nicht immer digital zoomen müssen und uns dann vielleicht ärgern, dass die Qualität schlecht ist. Also, mega cool. Das ist wirklich ganz, ganz cool. Dann gibt es ein paar so coole Features, die auch das Pro hat. Zum Beispiel, der Portrait-Modus. Ihr kennt das, wenn ihr Personen fotografiert, könnt ihr den Portrait-Modus wählen und dann ist der Hintergrund unscharf. Ihr könnt sogar wählen, wie stark der unscharf ist. Neu ist es so, dass, sobald ihr Personen, Tiere, also Katzen und Hunde, die drei sind's, fotografiert, werden automatisch die tiefen Informationen gespeichert. Also, ihr müsst euch nicht entscheiden, mache ich jetzt ein Portrait-Foto oder mache ich keins? Nee, ihr knipst einfach drauf los und dann sind die Informationen gespeichert. Und das sieht dann so aus. Ich zeige euch das hier mal. Wir haben hier die Kamera. Seht ihr, das bin ich hier vor meinem Haus. Hinten die Schweizer Fahne. Und ihr seht, ich hoffe, ihr seht, die Schweizer Fahne ist scharf. Wir drehen es mal so um. So, okay. Und jetzt gehen wir hier auch noch bearbeiten. Und jetzt seht ihr hier auf der rechten Seite. Guckt mal, was ich jetzt da mache. So, seht ihr das? Schweizer Fahne unscharf. Jetzt fahren wir wieder runter. Schweizer Fahne scharf. So, seht ihr? Also, ihr könnt das jetzt nachträglich, sobald er quasi Personen oder Katzen oder Hunde entdeckt, tut er diese tiefen Informationen speichern. Finde ich mega praktisch. Ich vergesse das immer. Ich mache Fotos von meinen Kindern und denke, oh, der blöde Busch im Hintergrund, der dürfte ruhig unscharf sein. Ja, aber schon zu spät. Hättest du den Portrait-Modus wählen müssen. Und das muss ich jetzt nicht mehr tun. Also, alles in allem. Die Kamera vom iPhone 15 hat ein massives Update bekommen. Auch am Abend. Ich war noch draußen so in dieser Dämmerungsstunde, so um Viertel vor acht bei uns ungefähr, wo die Sonne langsam untergeht. Man kann ganz tolle Fotos machen. Also, ich finde, diese Kamera ist wirklich großartig. Sowohl beim Plus natürlich wie beim normalen. Ist ja die gleiche Kamera. Komme ich dann noch dazu. Also, wirklich mega cool. So, das war's zur Kamera. Und dann kommen wir zum Bildschirm. Das ist das, was euch wahrscheinlich am meisten auffällt. Wenn ihr hier mal einfach guckt, dann merkt ihr, hey, Moment mal, da ist doch was. Da ist doch gar keine Notch mehr, wie wir das hier einfach mal zum Vergleich. Hier haben wir das 14+. Ihr seht, da oben ist noch die Notch, jahrelange Notch. Und hier haben wir jetzt die Dynamic Island. Und ich glaube, es ist Zeit, dass wir die mal kurz angucken. Was kann denn die Dynamic Island eigentlich? Da könnt ihr ja dynamische Inhalte darstellen. Gestern Abend zum Beispiel, Dienstagabend, Champions League, eBay, Main-Berner-Sportclub, mein Fußballverein quasi sozusagen, spielt mal in der Champions League, kommt nur alle x Jahre mal vor. Also in der Gruppenphase noch. Aber trotzdem, too cool. Dann habe ich Foodmob gestartet. Foodmob ist eine App, die das schon von Anfang an gut unterstützt hat. Und habe dann hier oben in der Dynamic Island immer gesehen, wie gerade der Stand steht. Okay, ich habe das Spiel geguckt, da hätte ich es nicht gebraucht. Aber von einem anderen Spiel zum Beispiel. Oder ihr könnt, wenn wir jetzt hier Musik hören, machen wir doch mal hier Zuri West an. Ein so geiler Song. Ich muss nur gucken, dass man nichts hört. Ja, Moment. Huah, sonst werde ich gleich gesperrt. So, jetzt machen wir das hier zu. Und ihr seht, da oben, seht ihr das? Moment, hier ist die Kamera. Dynamic Island. Ihr seht, da läuft jetzt was. Und wenn ich jetzt zusätzlich noch einen Timer starte, zum Beispiel, machen wir das doch auch mal noch. Starte noch einen Timer. So, go for it. Dann seht ihr, dann unterteilt sich das da oben. Seht ihr? Dann, dann, wir können es hier noch reinhalten. So, dann habt ihr da quasi zwei Dinge. Einerseits die Musik, andererseits der Timer. Ich schalte den wieder ab, sonst stört er mich nachher. Und die Musik natürlich auch. So, stoppen wir mal. So, that's it. Also, die Dynamic Island ist wirklich absolut großartig. Muss ich wirklich sagen. Also, ich finde das mega cool, dass wir die jetzt hier drauf haben. Ein Nachteil beim Bildschirm, der soll auch angesprochen werden, ist, der Bildschirm der iPhone 15 Modelle hat nur 60 Hertz. Das heißt, wir haben nicht dieses ProMotion, das wir hier beim Pro haben, dieses 120 Hertz flimmerfrei. Das merkt man, wenn man scrollt. Das merkt man, wenn man zum Beispiel durch seine Twitter-Timeline scrollt oder durch E-Mails oder so. Der Punkt ist aber der, immer wenn ich das sage, schreiben mir Leute, ich sehe das nicht. Und ich denke immer, du glücklicher. Mega cool. Wenn du das nicht siehst, dann stört es dich ja auch nicht. Ich sehe es tatsächlich. Ich kann sofort sagen, das hier sind 60 Hertz. Hier sind es 120. Und wenn ich jetzt noch irgendein anderes Telefon nehme, sind es vielleicht 90. Ich merke das schon, wie stark, dass es ruckelt oder nicht. Die Frage, die sich viele gestellt haben, war, funktioniert denn die Dynamic Island nur mit 60 Hertz? Und ich muss sagen, da ist es mir, da stört es mich jetzt nicht. Wenn das da oben, also hier quasi, wenn das da so, ich zeige es euch besser hier, wenn das hier sich bewegt und größer wird und kleiner wird und verändert, das ist jetzt nicht so, dass das ruckelt. Ich finde, man merkt, wenn man Fullscreen irgendwas sieht, wenn du wirklich so deine E-Mails durchblätterst zum Beispiel, da merke ich, ja, wenn du halt mal 120 Hertz hattest, das ist ein bisschen wie beim Retina-Display früher beim Mac, dann willst du nicht mehr zurück. Aber es sind längst nicht alle Leute und ihr müsst das am besten mal angucken. Und wenn ihr jetzt schon ein Telefon habt, das das nicht hat, dann könnt ihr beruhigt sein, dann stört es euch nämlich auch nicht. Also ist natürlich schade, klar. Auf der anderen Seite kann ich das, ich kann das verstehen. Also das ist so ein klassisches Pro-Feature. Es gibt ganz viele, die das nicht sehen und die das auch nicht interessiert. Raphael zum Beispiel, Mega-Profi, macht alles mit seinem iPhone, dem ist das völlig wurscht. Der merkt nicht, was er da eingestellt hat. Also ihr seht, es ist eigentlich mehr ein Problem von mir, dass ich das sofort sehe und mich dann ärgere, wenn ich das Gefühl habe, ja, das ruckelt aber. Die allermeisten wahrscheinlich sehen das nicht. Vor allem hier auf dem kleinen Bildschirm vom 15, der ist ja, ich meine, je kleiner der Bildschirm, desto schwieriger ist es zu entdecken. Je größer der Bildschirm, desto klarer, finde ich, sind die Unterschiede. Aber ja, das ist ein bisschen ein Nachteil. Was dafür mega cool ist dieses Jahr beim Bildschirm, wir haben 2000 Nitz-Helligkeit. Das heißt, das Ding ist jetzt, also Peak-Brightness heißt das, das heißt, wenn es wirklich draußen knallt, die Sonne drauf, ist genau gleich wie beim 15 und beim 14 Pro Max oder beim Pro. Also da haben wir jetzt die Helligkeit bekommen der Pro Geräte und das ist schon cool. Wenn du draußen bist, die Sonne scheint, es ist jetzt bei mir morgen früh, die Sonne knallt schon aufs Dach und ich gehe jetzt raus irgendwas machen, dann kannst du diesen Bildschirm einfach deutlich besser ablesen. Also das merkt man wirklich, wenn du hier den, also wahrscheinlich im Video kann ich es euch nicht zeigen, aber wenn ich jetzt hier quasi das so in die Kamera halte, hier ist das hellere 15er und hier ist das 14er, macht hier keinen Sinn mit meiner Beleuchtung, das kann man nicht demonstrieren. Aber das ist wirklich draußen, das merkt man. Also es ist mir wirklich aufgefallen, kein Unterschied zwischen den Pro Geräten und dem normalen iPhone 15 in diesem Jahr, was das anbelangt und das ist cool. So, wir haben natürlich kein Always-On-Display, klar. Also das haben wir ja hier. Ihr seht, das Handy ist eigentlich ausgeschaltet hier, mein 15 Pro Max, aber er zeigt trotzdem Dinge an. Das habt ihr hier nicht, ihr müsst einmal auf den Bildschirm tappen, dann geht er quasi komplett an. Also das Always-On-Display ist auch so eine Geschichte, das behält sich Apple für die Pro Geräte vor. Gut, dann müssen wir natürlich noch kurz den Unterschied klären zwischen dem Plus und dem normalen. Ganz einfach, nur die Größe und der Akku und natürlich der Bildschirm. Also im Unterschied zum Pro Gerät, wo ja zwischen 15, ich habe es hier auch da, hier, das schöne blaue. Das ist das 15 Pro und das ist das 15 Pro Max. Und da haben wir ja den Unterschied in der Kamera. Nur hier haben wir diese Zoom-Kamera und hier haben wir das nicht. Video habe ich euch am Anfang schon verlinkt, aber einfach hier, mein Testbericht vom 15 Pro, den findet ihr da. Hier ist es so, bei den 15ern geht es wirklich nur um Größe. Ihr habt alles, ihr habt die gleichen Kameras, ihr habt die gleichen Spezifikationen, die gleichen Features. Es ist alles gleich, nur ist halt die Frage, willst du ein bisschen ein größeres Telefon oder willst du so einen kleinen Handschmeichler hier? 6,1 Zoll, 6,7 Zoll. Wer meine Videos guckt, weiß, ich würde mich immer für das Größere entscheiden. Es ist einfach so, ich mag große Bildschirme, aber muss ja nicht sein. Also sprich, ihr könnt hier wirklich wählen. Entschuldigung, kann man so viel Wasser und Tee trinken, wie man will vor dem Video. Ich muss trotzdem husten, sorry. Also das ist natürlich cool. Dann kommen wir zu den Preisen. Es geht los bei 849 Franken. Ist auch ein bisschen günstiger geworden, das iPhone 15, auch bei uns in der Schweiz, für 128 Gigabyte. Und wenn ihr jetzt das Plus wollt, dann zahlt ihr genau 100 Franken mehr. Das heißt, der Aufpreis zwischen dem normalen 15er und dem Plus sind 100 Franken. Das zieht sich durch das ganze Line-Up, also auch wenn ihr mehr Speicher braucht. 128 Gigabyte ist die Einstiegsvariante, kleiner geht es nicht. Das ist voll okay. Ich würde mir wahrscheinlich überlegen, 256 zu nehmen, je nachdem, wie man arbeitet, was man für Daten hat, ob man großen iCloud-Speicherplan hat. Könnt ihr selber quasi für euch abschätzen, was ihr da braucht. Aber ja, der Unterschied von 100 Franken, ich finde das schwer in Ordnung. Ich würde mich tatsächlich für das hier entscheiden. Ist immer noch unter 1000 Franken. Machen wir uns nichts vor. Es sind super teure Smartphones. Also auch das, an dem hat sich nichts geändert. Aber du hast noch nie für so einen Preis so viel iPhone bekommen. Das muss man ganz klar sagen. Die iPhone 15 sind mein persönliches Highlight. Da kamen so viele coole Features rein. Die Kamera wurde besser. Wir haben diese AI-Geschichte mit dem Portrait-Modus. Wir haben ein Zweifach-Zoom quasi integriert, gelöst über den großen Sensor. Wir haben die Dynamic Island, die einfach geil aussieht und super praktisch ist. Da werden jetzt viel mehr Apps auch noch das unterstützen. Jetzt, wo es quasi in die Breite geht. Also das iPhone 15 ist für mich ein absolutes Highlight. Und klar, ganz viele fragen mich schon seit Tagen, was soll ich denn nehmen? Soll ich das iPhone 15 nehmen oder das 15 Pro? Und das ist gar nicht einfach, diese Frage zu beantworten. Es kommt sehr darauf an, was ihr macht. Aber die Kamera ist vergleichbar. Natürlich, wir haben hier einen richtigen, echten Dreifach-Zoom. Also wir haben ja auch eine Linse mehr. Und hier haben wir quasi den Zweifach-Zoom, der über den Sensor realisiert wird, der aber voll okay ist. Also da, wenn ihr noch ein bisschen mehr zoomen wollt, dann könnte das zum Beispiel ein Punkt sein. Wir haben natürlich Titan beim Pro. Sieht geil aus. Ich bin begeistert von dem Ganzen. Das sieht super toll aus. Wir haben sehr viele Profi-Feature, ProRes, RAW und so weiter. Die Frage ist, wer das wirklich braucht. Wir haben den A17 Pro-Prozessor in der Pro-Variante, von dem ich ehrlich gesagt nichts merke. Ich merke weder was bei der Akkulaufzeit noch beim Power. Oder anders gesagt, der A16 heißt genau gleich schnell. Also auch das wäre jetzt für mich nicht unbedingt ein Kriterium. Letztendlich am Schluss entscheidet sich es über, braucht ihr diese dritte Kamera? Ist die euch wirklich wichtig? Müsst ihr sehr gut, qualitativ hochwertige Dreifach-Zoom-Bilder haben? Ist ein Punkt. Und dann der Bildschirm. Das ist tatsächlich was, da weiß ich, es gibt viele Leute, die sagen, hey, sorry, nie mehr unter 120 Hertz. Ich will dieses Pro-Motion-Display. Das kann ich total nachvollziehen. Würde mir auch so gehen. Das heißt, ich würde mich aus diesem Grund allein dann fürs Pro entscheiden. Aber man muss sich einfach auch bewusst sein, es sind ein paar hundert Franken mehr. Ist deutlich teurer. Also da macht es Apple einem tatsächlich nicht leicht. Aber das 15er ist das beste Nicht-Pro-iPhone, das wir jemals hatten. Ich bin völlig überzeugt davon, für die allermeisten Leute reicht das locker. Du wirst daran jahrelang Spaß haben mit USB-C. Ist ein wichtiger Schritt getan zur Kompatibilität. Du wirst dich Jahre nicht um blöde Kabel kümmern müssen. Es funktioniert. Der Prozessor ist cool. Die Kamera ist geil. Der Bildschirm ist okay. Ich meine, wir reden hier immer noch von einem super Bildschirm, aber halt nicht einem Mega-Display, sagen wir es mal so. Aber den allermeisten, wer das nicht stört, der kann dann Haken dran machen. Und für den reicht eigentlich das iPhone 15. Man spart deutlich Geld. Schreibt mir doch in die Kommentare, was ihr davon haltet. Seid ihr auch so hin- und hergerissen zwischen Pro und nicht Pro oder auch zwischen den Größen? Muss es groß sein oder darf es auch ein bisschen kleiner sein? Das würde mich extrem interessieren, würde mich super freuen. Wenn ihr mögt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da oder ein Abo sogar. Das würde mich natürlich riesig freuen. Und ja, wir machen weiter Videos. Wir hören voneinander. Macht's gut und bis bald. Tschüss. Das war's. Das war's.